Hallo Freunde, was unsere heutige Folge mit gucken zu tun hat, dazu mehr nach dem Countdown. Heute müsst ihr mit mir ein bisschen was Vorlieben nehmen, bevor ich es vergesse. Ich soll euch vom Steff ganz liebe Grüße aus seinem traumhaften Urlaub übermitteln. Heute geht es um das ganz wichtige Thema Blickführung. Warum das so wichtig ist, dazu gleich mehr. Thema Blickführung, wir hatten das schon in unserem letzten Video bezüglich der Linienwahl, hatte ich das schon angesprochen. Das geht natürlich einher und ist essentiell um nachher gut Motorrad fahren zu können. Heute geht es absolut nur speziell dann um diese Blickführung. Problematik wollte ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen. Wir haben das oft aus dem Umfeld gehört, auch von Bekannten viel, die gerade einen Führerschein gemacht haben, ein Jahr auf zwei dabei sind. Dieses Thema Blickführung, im Groben ist es irgendwie allen klar. Jeder hat mal irgendwie was davon gehört. Ja, wo ich hinfahren will, da muss ich auch hingucken. Aber so richtig ist es irgendwie nicht angekommen. Und genau da wollen wir heute einfach mal ein bisschen was Licht ins Dunkel bringen. Ich glaube eins müssen wir uns auch tatsächlich noch klar machen, warum es diese ganze Problematik oft auch gibt. Und warum viele sagen, ja habe ich was von gehört, aber fällt mir so schwer, mache ich gar nicht so richtig. Ich glaube das liegt bei uns Menschen tatsächlich selbst. Das ist ein evolutionäres Problem tatsächlich. Denn sind wir ehrlich, selbst wenn man einigermaßen trainiert ist, ich glaube mehr als 30 kmh mal kurzzeitig schnell rennen, das schaffen wir nicht. Dann qualmen schon echt böse die Socken. Und das heißt für diesen Geschwindigkeitsbereich muss man sich echt nochmal ins Gedächtnis rufen. Da sind wir eigentlich nur für ausgelegt. Evolutionär hat sich da nicht so viel getan die letzten paar tausend Jahre bei uns Menschen. Motorräder gibt es dann leider noch nicht so lange. Das heißt, jetzt haben wir ein Werkzeug auf einmal an der Hand, was uns echt ermöglicht, höhere Geschwindigkeiten zuzulassen und zu erleben, zu erfahren. Und jetzt kommen wir mit unserem, nennen wir es fast Neandertal-Blick daher und sollen uns da zurechtfinden. Und genau da wollen wir euch heute so ein bisschen was ranführen, euch ein bisschen was Tipps mit an die Hand geben, dass man das wirklich immer, immer, immer trainiert und dadurch natürlich auch ein besserer Fahrer wird. Okay, zwei, drei Beispiele auch dazu, was Blickführung mit uns macht und wie wichtig essentiell die Blickführung auch tatsächlich ist. Brauchen wir nur in andere Bereiche reingehen. Nehmen wir uns Reiten, nehmen wir uns Skifahren. Es gibt wirklich so Beispiele, leider Gottes fast ein bisschen lustig, wenn der arme Skifahrer und es steht nur eine Stütze von dem Lift auf der Skipiste. Man hat gefühlt 500 Meter links daneben Platz, 500 Meter rechts daneben Platz. Ich denke euch ist klar, wo der arme Skifahrer gegen fährt. Und na klar, der fährt dagegen, weil der guckt auf diesen einen Stempel von dem Lift. Und genau da sind wir bei der Thematik. Bei uns Motorradfahrern eben überlebenswichtig nachher. Denn ich merke das auch immer wieder bei mir, wenn wir so ein paar Fahrstunden geben und vor allen Dingen die ersten Fahrstunden machen, da muss man direkt schon drauf pochen, dass eben der Blick oben bleibt. Denn der Mensch neigt dazu, und das ist glaube ich ein absoluter Klassiker, immer vors Rad zu gucken. Irgendwie diesen Blick nach unten zu setzen. Man fährt ja auf der Straße und will dementsprechend die Straße aufsaugen. Kommen wir auch noch mal zu, zum Fahrbahnlesen. Das läuft eher in der Peripherie und wir Menschen sind tatsächlich in der Lage dazu. Das heißt, wir müssen wirklich nutzen, unseren Blick dahin zu führen, wo wir dann auch wirklich hinfahren wollen. Das in dem Zusammenhang oft benutzte und angeführte periphere Sehen ist eigentlich eine ganz simple Sache. Nur noch mal ganz kurz für die Verständnis. Es ist ja nichts anderes als das Gesichtsfeld. Das, was wir abdecken mit unserem Auge, das sind circa 214 Grad, die ich eben wahrnehmen kann. Könnt ihr selber auch mal ganz einfach probieren. Wenn ihr einen Punkt mit dem Auge fixiert, bleibt dort. Nehmt einfach beide Finger und bewegt die jetzt dementsprechend auseinander. Und irgendwann nehme ich bei diesen circa 214 Grad sind die dann weg und ich nehme sie nicht mehr wahr in meinem Gesichtsfeld. Das ganz schnell nur zur Peripherie erklärt. Gut Leute, bevor irgendwelche Fragen kommen nachher. Ja, das soll ein Motorrad von oben sein. Das ist auch keiner, der ein Sombrero trägt. Das soll unser Helm sein. Also nur so das am Rande. Ich weiß, Kunst war nie so das ganz große Ding. Was wichtig ist, schon mal festzuhalten, wenn ihr euch wieder eure Linie vorstellt, dementsprechend die ideale Linie, das Hinterschneiden macht, dann machen leider Gottes viele auch den Fehler und schauen eigentlich ihrer Linie hinterher, wo sie denn fahren. Und genau da müssen wir uns von lösen. Das ist eben leider der Fehler, den die meisten dabei machen. Das heißt, ihr müsstet vom Blick nicht hier entlang gucken an eurer Linie, sondern euren Kopf drehen und wirklich versuchen, das Kurvenende zu schauen. Das heißt, im optimalen Fall, wenn hier noch nichts bebaut wäre, ich diese Kurve komplett überblicken könnte, würde ich mich hier von meiner gefahrenen Linie lösen und tatsächlich schon rüber gucken ans Kurvenende. Ist das natürlich nicht möglich, weil hier irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Bäume stehen, Bebauung, Fels oder sonst was am Start ist, dann gibt es von mir da den Tipp für euch, weiterhin versucht, so gut es geht, das Kurvenende zu fixieren. Das heißt, nehmt euch Fixpunkte und klickert immer wieder ans Kurvenende quasi ran und versucht immer wieder auch nachher ans Kurvenende zu gucken. Und somit kommt ihr eigentlich ganz gut durch. Ich gebe meinen Schülern oft den Tipp, schmeißt imaginär ein Lasso immer an diese Fixpunkte und zieht euch mit dem Auge quasi mit dem Blick hinterher. Euer Motorrad läuft dementsprechend dann schon auch die Linie, die vorher im Kopf schon geplant war. Eine Fehlerquelle muss ich euch auch noch unbedingt mit auf den Weg geben, denn selbst wenn ich diese korrekte Blickführung setze und mir jetzt endlich bewusst klar mache, okay, ich gehe ans Kurvenende immer mit dem Auge, sehe ich dennoch immer einen ganz wichtigen oder großen Fehler leider Gottes, den viele machen. Viele gucken schräg, weil sie ja dafür die Schräglage benutzen müssen, das ist super, aber ich will doch nicht meine Welt schräg sehen, nur weil ich schräg fahre. Das klappt auch fast nicht. Probiert es mal selber aus, mal wo wirklich frei ist, ganz kurze Sequenz nur. Und wenn ihr geradeaus fahrt, dann legt mal beim geradeaus fahren den Kopf schräg. Ihr werdet feststellen, es ist kaum fahrbar. Das fühlt sich ganz schlimm und unnatürlich an und ein geradeaus fahren ist auch gar nicht so richtig möglich. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich denn dann schräg fahre, muss ich ja den Kopf komplett ausgleichen und im besten Falle noch natürlich dann ans Kurvenende gucken. Trainiert das, trainiert das, trainiert das. Immer wieder den Kopf aus der Schräglage nehmen, gleicht und kippt quasi den Horizont aus. Wir wollen immer auf Straßenebene gerade gucken, weil nur gerade kann ich auch meine Welt wahrnehmen, korrekt und alles auch sehen und fixieren. Was mir persönlich noch wichtig ist, mit euch auch auf den Weg noch zu geben, denn da nehme ich mich nicht raus. Das muss man immer, immer, immer wieder trainieren, damit man nachher auch einen Benefit hat, damit das auch eine freudige Linie wird, eine sichere Linie nachher auch wird. Ich fahre jetzt fast schon auch seit einem sage und schreibe Vierteljahrhundert Motorrad und ich ertappe mich immer wieder selber mal dabei, dass man in diese alten Muster des Force Rad gucken doch nochmal hineinfällt und wirklich mein Anliegen. Nehmt das mantraartig, haut euch das immer wieder in den Kopf und sagt, ich muss die Schultern fallen lassen, ich muss die Ellenbogen hängen lassen. Locker sein, Kopf drehen, Kopf aus der Schräglage raus, Kurvenende suchen, das muss immer wieder trainiert werden. Und gerade wenn ihr länger unterwegs seid, man neigt eben dann dazu doch zu verkrampfen so ein bisschen mit der Zeit und vielleicht das auch wieder so beiseite zu schieben. Und dann kommt wieder unser Evolutionärer, der uns so ein bisschen von hinten wieder schnappt und auf einmal bin ich leider wieder in diesem falschen Gucken drin. Also trainieren, trainieren, trainieren und dann wird das was. Mein Fazit Leute, Blickführung, ich kann es nochmal nur fettrot unterstreichen, das ist die Essenz des Motorradfahrens. Motorradfahren ist eine Auge-Hand-Koordination. Wenn ich das trainiere, wird Motorradfahren sicherer, spaßiger. Wir haben alle gewonnen. So Freunde, das soll es mit diesem Video schon wieder gewesen sein. Vorab, es kommen noch weitere zum Thema Fahrtechnik und wenn euch dieses Video bis hierhin schon mal gefallen hat, dann lasst wie immer gerne Likes da und abonniert den Kanal. Ach und natürlich Kommentare. Ich verspreche euch, wenn der Steff wieder aus dem Urlaub ist, der wird da auch Antworten zu finden. Ansonsten tschüss und adios. Ich spiele hier, aber. Jetzt aihmacken. Ich habe das damals, st s. Und das ist echt, wie immer, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ich bin einander, aber ich bin einander, anbrem. Genau, dass es ist. Es ist nichts, ich werde. Vielen Dank.